Hallo und Willkommen im Fotos Village in dem Instagram Dorf von Bles. Instagram. Und Fotos. Ja und jetzt geht es hier ganz klassisch weiter. Diesmal erstmal mit der Main Quest, bevor wir uns hier wieder in den Sidequests verlieren. Genau, wir nehmen erstmal hier kurz die Main Quest an. Da werden wir wahrscheinlich eh wieder drei Kilometer weiter geschickt. Und ich habe ein neues Schnickes Outfit. Was ist das, ist das Jeans? Das sieht ein bisschen aus wie Jeans. Das ist glaube ich eher so blaues Leder. Sieht aus wie so eine Corsage, so eine Leder Corsage. Ja, ich zeige auch ein bisschen Haut. Ich bin hier so die kleine Ho von uns beiden. Ja und ich habe gerade das große Problem, dass wir wahrscheinlich sehr lange noch nicht in den Dungeon kommen, weil ich nicht auf den Equipment Score komme und mir dementsprechend keine Ausrüstung mehr kaufen kann. Ich habe eine Level 25er Waffe. Ich bräuchte mal eine neue. Und ich habe gerade mich umgeskillt, wo ich nicht richtig gelesen habe und ich gesehen habe, dass das 15 Gold kostet. Und jetzt bin ich arm und pleite und kann ich mal den Dungeon machen. Ja, deswegen haben wir jetzt eine kleine Spendenaktion. Spendet mir eine Waffe, ich brauche eine neue Waffe oder so. Für gedürftige Palas. Also, Dungeon wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Dann gehe ich einfach ohne dich. Ne Mann, sei immer nicht so. Kein Mann wird zurückgelassen. Also, wir hatten gerade überlegt, ob wir nochmal in den 31er Dungeon gehen, aber so schnell eine Gruppe zu finden, haben wir jetzt auch nicht geschafft. Da schauen wir irgendwie mal. Ja. Ansonsten nehmen wir erstmal die Mainquest an, ne? Das geht ab Rodrigo. Rodrigo. Ach, ich kann eine Quest abgeben. Ah, ich auch. Okay, was soll ich machen? Speak to... Dingsbombs. Ich spamm das gerade mal wieder durch. Sorry, sorry. Ich habe kein Problem, das zu lesen. Mein Geduldsfaden ist gerade sehr kurz. Ich lese aber gerade. Ich bin gerade ein bisschen interessiert. Ich bin ein bisschen interessant. Der Marco Monte. Okay, wir können wir mal safen. Wo ist die Mainquest? Ja, wo ist er? Da hinten? Ach du Scheiße. Guck mal, wie weit wir weg müssen. So. So, hier gibt es eine Quest. Der Village Chief. Are you worried? Is that a spy? Dann rein wir die Hauptquest mal wieder ein bisschen an, würde ich sagen. Gut dann. Was machen wir da, Mainquest? Die ein bisschen einreihen, wenn du mal auf die Karte schaust, wo wir hin müssen. Fast 6000 Meter in die Ferne. Okay. Aber wir haben hier wieder 3000 Quests. Yay. Also machen wir erstmal hier die. Hier würde ich sagen, ne? Arbeiten wir uns langsam vor. Ja, vielleicht kommen wir da noch hingeschickt. Ja, so viel dazu, ne? Wir machen jetzt ein Mainquest. Oh, ganz viele Sidequests. Falls irgendjemand einen Tipp hat, wie ich an bessere Rüstung komme. Immer hör damit. Ich denke mal, wir könnten vielleicht einen anderen schon ein bisschen häufiger machen. Ja, ich habe gerade schon gesehen, dass es Elite-Mobs gibt. Ja, was ich gerade noch mitbekommen habe, was vielleicht auch noch für uns interessant wird. Ich habe gerade schon den Namen vergessen, aber in so einem 43er PvP-Gebiet gibt es wohl Mobs, die droppen ganz gut Sachen und die geben wohl echt gut EP auch. Aber da soll man halt erst ab Level 43 am besten hin, weil es halt ein PvP-Gebiet ist und sonst wirst du da direkt umgemäht. Okay. Aber können wir uns denn mal hinter die Ohren schreiben? So. Wir müssen lustige Kisten lang tragen. Ach ne, eine nur. Das war's schon. Aber kann ich da nicht gerade noch eine Quest annehmen? Ne, was muss ich da machen? Okay. Und okay. Und? Und noch hier. Hochzeitsgelübt, wo wir jemanden bringen. In Fotos. Achso, ne. So heißt das Dorf. Ich finde den Namen irgendwie sehr irritierend, muss ich sagen. Ja, deswegen dachte ich gerade schon so, ich soll das jetzt in Fotos denn irgendwie bringen und als hätte da wäre so ein kleiner Stilbruch so. Wenn man es auf einmal hier, keine Ahnung, Strom gibt. Komisch, ne? Die hat eine dicke Keule in der Hand. Ich rufe hier Ärger. Elektrizität... Tja. Ich würde gerade sagen, Elektrizität wirkt irgendwie so unrealistisch, aber so Magie und so nimmt man hier so einfach rein. Ja. Und deine krasse Rüstung, die dich natürlich vor ganz viel Schaden bewahrt. Das heißt, ich muss Haut zeigen. Ja, je mehr Haut, umso krasser die Rüstung. Ja, ich bin dann verhaftet wegen sexy. Oh, verhaftet, oh sexy. So. So, die Nichte. Und weg ist sie. Hallo. Hi. Achso. Ich habe jetzt übrigens auch mal eine Rüstung, die ein bisschen mehr nach Pala aussieht und nicht nach so einem... Weiß nicht. Nach einer, nach einer Ho, wie ich. Ne, aber meine Rüstung davor, die sah ja mega komisch aus, so... Ja, das stimmt. Ich weiß nicht. Hat mir nicht gefallen. Was? Möchtest du nicht machen? Äh, ich könnte so eine Krasse mir nicht wieder wach geben. Ah, okay. So. Warum will der... Will der die eine hier nicht? Äh, ich weiß es nicht. Ich probier's aber irgendwas machen. Warum nicht? Warum nicht? Thank you. Thank you. So. Thank you. Okay, und ich muss jetzt... Willst du irgendwas machen? Irgendwas muss ich hier... Achso, von da hinten. Ich folge dir mal, du hast den Durchblick. Ja, sicher. Ach, diese ganzen Quests hier, die muss ich irgendwann nochmal... ...abgeben, damit die mich hier nicht nerven mit dem Quest-Log. Hm. Wie weit müssen wir denn laufen? Du mountest schon auf. Ja, was heißt denn jetzt? Ach, da hinten? Ich hab's gar nicht gesehen. Du kannst das nicht nutzen. Ach, kann ich es auch noch einfach machen? Aha, wie süß! Ich kann das nicht looten. Awww. Ich bin auch ein Scharf. Awww. Komm mal her, Scharf. Ich kann die Mops spawnen, bevor der Scharf spawnt. Wahrscheinlich nicht, die Mops spawnen, aber recht schnell. Ja, deswegen sind die Mops, da ist er schon. Irgendwie läuft das grad bei mir, das Spiel. Ja. Oh, die Ziege heißt Lucy. Ach. Awww. Keine süße Zygersau. Was müssen wir dann noch machen? Ach, ich hab auch immer noch diese, ähm, dieses Fresh-Blood von diesen, ähm, Lizards. Die das irgendwas gedroppt haben. Ach so, die Quests hab ich auch noch. Ja, aber ich denk mal, das sind so Quests, weil was an Endlevel ist. Die brechen dann einfach alle ab, damit der Log sauber ist. Nee, abbrechen tue ich ihn nicht. Nee, ich muss die fertig kriegen, sonst... Das ist so mein inneres ADHS. Nee, wobei mein... Das hat doch nix mit ADHS zu tun. Nee, ich mein das andere, mein innerer Autismus auch. Ist ja fast dasselbe, ne? Ja. So, wir müssen jetzt, äh, noch ein Stück rauslaufen. Ja, ich seh's. Äh, Abarsch. Dann wohnen wir mal. Ja, kann ich. Ah, Out to run. Hi, du läufst in eine komplett andere Richtung. Ja, wieso denn? Da ist doch hier oben hier, äh, Castagno. Oder Castagno. Ach so, ich meinte eigentlich die andere Quests, die wir noch machen müssen. Aber gut. Ach, da hinten die. It's time to harvest. Genau. Ja. Ja, da geh ich dann gleich dahin. Gib die erstmal hier ab. Okay. Gibt auch keine Folgequests. Ach Gott. Warum? Der Autopilot ist echt geil. Warum? Ach guck mal, da ist auch ne Elitequests. Deliver Blabla Blast. Elitequests? Was ist denn Elitequests? Ja, unten links. Navarra Outpost. Äh, blablabla. Unten links. Hä? Ich hab da gar keine Elitequests. Äh, siehst du ein Navarra Outpost auf der Karte? Ja. Bei mir ist da eine Elitequests. Da steht's. Elite End of a Betrayer. Deliver Javier Sword to Navarra. Was? Was hast du denn da schon wieder? Ich hab keine Ahnung. Hä? Wo hast du die denn her? Ja. Weiß ich nicht. Ähm. Ja, keine Ahnung. So, ne? Don't drink and drive, aber mit Autorun hier und was trinken. Jetzt war ganz entspannt. Ich möchte auch ne Elitequests haben. Oh, er greift mich an. Mann ey, ich ärgere mich voll. Aber vor allem das Umskillen hat sich nicht mehr gelohnt. Weil du machst voll Lärm. Oh, sorry. Ich hab was getrunken. Ja. Dann jute mal vielleicht lieber dein Mikro. Ne, ich hab eigentlich wollte ich anstatt auf Damage auf Cooldown Reduction gehen, aber es hat sich nicht mehr gelohnt, weil das sich von der Cooldown Reduction nicht wirklich gelohnt hat. Und dann dachte ich mir so, komm geh ich wieder zurück auf Damage und dann hatte ich nicht mehr genug Gold und dann hab ich erstmal gecheckt, dass ich dafür Gold ausgegeben hab. Ach, Mann ey. Hä, was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Ja, jetzt hab ich viel Gold umsonst ausgegeben. Aber naja, kann man nix machen. Irgendwann juckt mich das gar nicht mehr. Da hab ich so viel Gold. Bis dahin. Kann ich darin baden. Okay, müssen wir jetzt hier wieder Verdächtige finden. Hier sind alles so ein Verräter noch. Hm, überall. Kann ich dir niemanden mehr trauen. Ach, der hat nen Knüppel jetzt bestimmt. Ja, siehste. Knüppel heißt immer, dass die freundlich sind. Das ist ein Verräter. Was hält so viel aus? Hä, ist das so weggelaufen und verschwunden? Ja, bei mir auch. Das ist voll komisch. Da hat's die Luft aufgelöst. Los geht an. Okay. Na? Ich weiß gar nicht, ob wir es am letzten mal gesagt haben. Aber bald gibt's auch wieder Ranger-Gameplay. Falls... Haben wir das schon gesagt? Äh, ja. Haben wir. Okay. Aber ähm... Ja. Nix gibt's mal jetzt Ranger-Gameplay. Dann hoffentlich auch ein bisschen abwechselnder. Ja. Irgendwann ist auch genug ein paar leider. Ne, aber ne. Abwechslung ist auch nicht schlecht. Guck mal, um ein bisschen was Neues zu sehen. So, was muss ich denn jetzt hier noch machen? Ije. Jetzt greife ich diese hässliche Larve an. Get the Grainbags. Ja, sechs Stück. Machen wir. Ach, Mann. Gut. Und noch? Ja. Da sind ja ganz viele, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Böse Larve. Das war eine gute Larve. Wo ist denn hier dieser Sub-Glue, den man finden muss? Was für'n Ding? Trouble on the Farm. Da müssen wir hier so drei so Verräter einfach kloppen. Ja, die werden dir noch in der Karte angezeigt, oder nicht? Wieso nicht? Ich hab hier eigentlich grad einfach irgendein Random Farmer gehauen und da ging das auch. Echt? Ich glaub schon. Vielleicht krieg ich das noch rein. So. Zwei Taschen noch. Nein, 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 nein. Ach. Ist auch verschwunden wieder. Du kannst das nicht nutzen. Aber gut, da wurde mir trotzdem gezählt. Also. Bitte wähle einen valide Target. Hallo. Ach, was freu ich mich, wenn wir im Level sind. Jo, ich freu mich schon auf BGs. So. Können wir auch schon jetzt anmelden, ne? Weiß ich gar nicht. Doch. Muss auf B drücken. Musst du noch Karotten und Salat sammeln? Hier vorne. Hm, was? Karotten und Salat? Ja. Ich musste noch Karotten und Salat sammeln. Hm. Äh, warte, das normale? Oder jetzt für die Quest? Für die Quest, ja. Ne, hab ich schon. Das sind ja sechs Stück insgesamt, ne? Ne, acht Stück. Hä? Ne, nicht diese Backs, die wir da grad hatten. Hast du irgendeine Quest angenommen, die ich nicht gesehen habe? Das war eine Folge-Quest von diesem Farmer-Typen. Vielleicht hast du die noch nicht angenommen. Achso, ja wahrscheinlich. So. Karotte. Oh. Du hast recht. 4-4. So, Karotten habe ich. Da hinten den Salat. Ja, ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich schon zum Running Gag von meiner Seite aus. Weil ich das jedes Mal sage, aber mein Mount ist schon wieder müde erst. Kann man das eigentlich noch irgendwie, also man kann die ja noch verzaubern oder so, die Mounts, ne? Ja, und irgendwie auch upgraden. Ich hab noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Ja, ich hab dich schon richtig damit auseinandergesetzt. Also man braucht irgendwelche Items dafür, aber was man dafür braucht? Boah, weiß ich nicht. Ja, ich bin halt der typische Zocker. Ich hab nur so kurz geguckt und dann gesagt, hä, ich weiß jetzt nicht. Ich bin dann erstmal zur Seite getan und reg mich seitdem irgendwie darüber auf, anstatt mich dann da auseinanderzusetzen. Ich muss ja gleich mal gucken. Das können wir auch noch machen. Wir haben ja alle Zeit der Welt dafür, ne? Ja, man kann die auf jeden Fall enchanten und noch irgendwie upgraden. Ach Gott, da sehe ich die schon kloppen. Hey, how? Immer diese, deine, dein, dein Schäkel da, deine, das sieht man da immer. Schäkel? Ja, hier, äh. Aber wie, wie hieß das Schäkel? Schäkel? Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Wenn du festhältst, diese Chains da, die du... Ach so. Da, der, ja. Ja, bei WoW hieß das immer untote Schäkeln. Da konnte man immer untote Mops halt so anketten. Jetzt hieß doch Schäkeln, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Doch, doch, ich bin mir eigentlich zu... Ich war ja nicht so der WoW-Spieler. Ja, du hast hier nur so zweite Liga immer ausgespielt, ne? Hey. Ich hab noch MMOs gespielt, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Ja, das ist eher andersrum. Machst ja grad wieder Autopilot-Action. Ja. Sieht man das? Ja. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, weil du so komplett den Weg lang gelaufen bist und ich laufe hier die ganze Zeit durch die Ecken. Guck mal auf die Karte. Ach, der Autopilot ist so... Weiß nicht. Okay, jetzt bin ich grad irgendwo bin abgelaufen. Gut, dann gehen wir mal die nächste Quest ab. Ach man, wir müssen da hinten... Ach, jetzt bin ich abgemontet, ne? Ich Vogel. So, gehen wir mal zum Zawocci. Hey, so wird das nicht. Du musst mich verarschen. So, Turgor muss ich zum Owner davon. Also es ist wieder eine sehr spannende Folge. Ja. Sammeln und töten. Wobei töten ja nicht mal, ne? Das ist echt grau Sammeln eigentlich. Ich töte. Deswegen ist glaube ich ganz gut, dass man vor allem Gameplay guckt. Ich töte alles. Ich bin halt mehr so der deeskalierende Typ. Ja, ich bin eher so... Ich eskaliere halt... Der Hau-Drauf-Typ. Hm? So, geb ich mal die andere Quest ab. Hast du diese Elite-Quest jetzt schon gemacht? Nee. Okay. Du kannst mich ja begleiten. Vielleicht Rob da was für dich. Ja, würde ich machen. Also, wir könnten uns ja gleich bei der einen Quest, wo du gerade hinläufst, kurz treffen. Mhm. Von da aus zusammen abstarten. Jetzt ist mein zweites Mond müde. So, 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 so. Dann wollen wir mal. Wir können halt da oben noch ganz viele Quests machen. Eigentlich wollten wir ja nur kurz hier runter zum Main-Quest, ne? Mhm. Aha, das hat ja wieder super geklappt. Ja, dann kriegt man so viele Aufgaben, ne? Ja, also da oben... Nicht nur im echten Leben, sondern alle Aufgaben so umgehen sollen. Kannst du die ganzen Quests machen? Ah, uh, uh. Was passiert hier? So, check on the virtual grave. So, wenn wir irgendwas obchecken. So, wenn wir irgendwas obchecken. Okay. Der Ugo. 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 Na komm. Was sind das denn? Irgendwelche Baumviecher oder so, ne? Genau, so Druiden. Oder Druiden oder... Keine Ahnung. Druiden ist wahrscheinlich was anderes. Das ist keine Ahnung. Bei Bewegungen, Druiden sich auch im Baum verwandeln. Ja, ich glaube, man merkt schon echt, dass ich so ein bisschen das MMO-Spiel vermisst habe, ne? Die ganze Zeit. Ja, bei VW, ach so, bei VW gab's das. So, fertig. Ich brauche noch zwei. Drei sogar noch. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, möchtest du ganz kurz warten auf mich? đi. Ich brauche noch nicht. Oh. Oh. Du kannst mich nicht. Oh. Ich brauche noch mal. So, last but not least. Okay, wir rassen wir ganz schnell ab. Beim Ügel. Ei ei. Ich hab auch schon echt Bock auf Streamerei, ne? Ja, ich auch. Guck mal, die rennt da was hinterher. Du hast so'n kleinen, kleinen Boy. Was willst du? Jetzt rennt's wieder weg. Ja, durch. Ja, ist noch ein Glück gehabt. Ach nee, warum hattest du denn ne neue Quest? Wo müssen wir denn dafür hin? Schwinge nach der vorne. Ja, zurück einfach. Das geht hoffentlich. Kriegen wir ein wenig bisschen EP von dem Weg. Tun wir das? Ja, beim Abgeben, klar. Tun wir das? Ja. So, ich muss alles Gold mitnehmen, was geht. Ich hab gedacht, du fragst die mich nochmal. Tun wir das. Ja, ich muss grad, sorry, ich war grad, konnte grad looten. 25 Gold, äh, Gold. Kupfer. Schön wär's. Ich weine ja echt um mein Gold, ne? Ja. Ich merk schon. Ich bin ja voll die Rich Bitch. Naja. Ich hab dafür gelernt. Jetzt weiß ich's besser. Ja, und ich hab auch gelernt und den Fehler nicht gemacht. Eine kostenlose... kostenlose... aber... ne kostenlose Lektion. Die nicht umsonst ist. Was? Ja, ich red grad Unsinn. Lass mich einfach die Quest abgeben. So. Was geht ab, Tatjana? Heyo, Tatjana. Homie. Ja, noch ne Quest. Ach, bitte nicht noch ne Quest. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn schon wieder dafür hin? Ja, wir bewegen uns wieder in ne andere Richtung. In die richtige Richtung, in die wir wollen. Hä? Nach oben, oder was? Dangerous Omen. Genau, da oben. Ja, guck mal, wir müssen da ja ganz oben eh noch ganz viele Quests machen. Wir können noch 12.000 Quests abnehmen. Ja, aber lass mal runter zu... Runter? Ach, die erste Quest, ne? Ja, genau. Äh, wo war die nochmal? Beim Outpost, da würde man den... Okay, warte, 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 warte. Bei den Lavara Outpost. Warte, warte. Aber da sind zwei. Welchen meinst du denn? Der unten, der, wo ich mich grad hin bewege. Gut. Der unten war. Ich folge dir unauffällig. Schön synchron hier. Gut, ich würde sagen, ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn's mit deiner Elite-Quest weitergeht. Ja. Gibt's dir direkt einen dicken Elite-Mob und Heiß-Action, hoffe ich. Und fette Drops. Fette Drops. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Jens. Es ist benef esempio ein bisschen zu geben.